Im Alter von 28 Jahren habe ich die Diagnose Darmkrebs bekommen. Wann muss ich sterben oder muss ich daran sterben? Das war tatsächlich meine erste Frage. Endoscopy, that's the plug tubes which we gently put into people and catch lesions which are precursors. And that's probably the most perfect form of cancer prevention. An alle, die Angst vor einer Darmspielung haben, macht das halt einfach. Was man damit verhindern kann, wäre viel schlimmer.